Oh, hier ein Cypher-Killer-Goro. Was macht der Roadhog denn da? Der hat hier unsere Moira ge... ...gete-backed. Herzlich willkommen zurück zu Auma Watch. Hallo, hallo. Gar nicht gefaked, wir haben gar keine Runde vorher gemacht. Was? Wir haben die letzte Runde gewonnen, das ging gar nicht, deswegen machen wir eine neue. Wir möchten nämlich nur Niederlagen hochladen, das ist das Neue. Hast du auch die Kommentare gekriegt mit Ihr seid doch wenigstens all welche der einzigen YouTuber, die Overwatch machen. Hast du den Kommentar auch gekriegt? Copy-Paste oder was? Das war Copy-Paste. Aber das stimmt schon, viele sind ja jetzt auf Fortnite immer noch, ne? Ja, oder weiß ich nicht. Unsere Fortnite-Karriere war ja... ...kurz. War ja sehr kurz. Sechs Folgen lang oder so. Es reizt mich aber auch nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Verdammt. Reizt es dich? Äh, Fortnite? Nö. Dieses Neue, was gerade alle Hypen von den Paladins machen, halt mich gerade aber auch nicht. Was, was ist das denn? Reims, Hero Reims... Ach stimmt, ja, das habe ich auch gesehen. Keine Ahnung, das ist Gartis auch und ja. Die wollten halt auch... Ich finde Battle Royale halt überhyped, es ist halt mega unnötig. Auch auf die Battle Royale-Schiene gegangen, ne? Alles Battle Royale, auch bei der E3. Alles muss Battle Royale haben, sonst kannst du das Spiel scheinbar nicht verkaufen. Ich weiß das schon wieder irgendwo hinter uns. Es gab aber schon mal irgendwie einen Hype, der in jedem Spiel war. Ich weiß noch nicht mehr, was das war. Weißt du noch, was das war? Äh... Weiß nicht. Hype-Spiele... Da musste doch jeder das haben, jedes Spiel musste das doch haben. Zombies? Zombies sind auch so ein gutes Exempel. Koop oder Open World zum Beispiel auch. Open World, ja. Alles musste Open World. Mit einer riesigen Open World. Ich kann das nicht alleine. Ich komm dir zur Hilfe, Diffy! Okay, sehr gut. Ich spring mit dem Drachen! Ich fack den Tracer gerade übrigens ab, die ist schon ein bisschen genervt von mir. Die schreibt schon, what the fuck, come on! Zero Talkdown? Ne. Jaaaaaaah! Ach komm, da trifft der mich noch! Wir waren die ganze Zeit auf dem Punkt und die haben die Prozente gekriegt? Ich weiß auch nicht. Ja, weil wir ihn nicht angenommen haben. Auch immer noch nicht, ne? Ja, ich werd da hingehen. Also ich war jetzt so lange auf dem Punkt. Eine Minute zehn. Das muss mir auch mal langsam einer appreciaten. Ja, auch gerne in den Kommentaren. Diamond Genji flamet hier wieder Gold Platzspieler. Ist gerade mal Diamond, weißt du? Drei Haare am Sack und hier schon den dicken Max markieren. Achso, Gold Platt, oder was? Ist Gobbly Gold? Achso, warte mal. Achso, er meint, der hat einen Goldrahmen und ist Platt. Ja, mein Gott. Ja, und? Darf er keinen Goldrahmen haben, oder was? Das ist ja nur Spielstunden. Eben. Ich kann ja auch die ganze Zeit... Was hat er denn gespielt so, die meiste Zeit? Warte mal. Kann ich reinsehen? Symmetra. 350.000 Stunden. Ja, okay. Dann sollte man vielleicht auch mal was überleben mit Genji. Was? Was? Also ich hab irgendwie das Gefühl, wir haben nichts gemacht, aber ich war die ganze Zeit auf dem Punkt. Letzte Runde. Ich hab auch Kills gemacht. Ich hab Tracer die ganze Zeit gekillt. Die war schon abgefuckt. Die hat schon what the fuck come on geschrieben, weißt du? Weil sie die ganze Zeit tot war wegen mir. Oh, jetzt haben sie einen Hanzo. Stop, der hat nicht mal in meine Richtung geguckt. Der Hook. Der hat nach rechts geguckt und Hook nach links. Hanzo ist auf dem Punkt, ne? Ja, die Tracer ist jetzt Hanzo. Jetzt nicht mehr. Ja. Oh, ja. Was macht der Roadhog denn da? Der hat hier unsere Moira ge... gete-backed. Das ist so cool. Ich freu mich schon auf meinen Schnitzel nachher. Auf meinen Schnitzel. Was gibt's denn heute bei dir überhaupt zu essen? Haben wir noch gar nicht beschrieben. Lasagne. La-janje. La-la-la-la-lasagne. Kann man auch mal machen. Selbst gemacht oder aus... aus Tüde? Äh, Tüde. Muss schnell gehen. Tüde. Kann man machen, kann man machen. Da ist nix falsch dran an so einer Tüde. Da ist nix. Ja. Roadhog land jetzt erstmal fliegen. Der Genji geht mir auf die Eier. Der hat so ne große Fresse. Der Gegnerische oder unser? Der Gegnerische. Weil unser kann ja schon mal nichts. Der muss... Der muss... Der muss alles kommentieren, was er tötet. Und wenn er stirbt... Oh, damn. You got lucky. Nee, nee. Ich hasse solche Leute. Schlimmer sind die im Ranked. Ja. Oh, sie ist so low. Ich brauch Healing, ich brauch Healing, ich brauch Healing, ich brauch Healing. Kann ich die nicht geben gerade. Die war alt. Nee. Das ist neu. Ach, da jagt er mich. Klar. Haben wir überhaupt nen Healer? Ja, die Ana. Ja. Aber die ist Level 18. Ich weiß nicht, ob man... Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Wir haben ja auch ne Zaya, die noch nie ihre Ulti hatte. HANZO! So, den Genji kommentiert in 3, 2, 1. Re-engaging. Nee. Kommt nix. Der hat so Makros drin. Ja. Nuo. Everyone get on the objective. Jetzt kommt gleich was rein. Ja. Ja. Weil du ihn getötet hast. Ja. Mit dem... Jetzt kommt was rein. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. You were lucky. Ja. What the fuck is that? Siehste genau? What the fuck is dat? Das ist auch ein deutscher. Der heißt ja auch Dracula. What the fuck is dat? What the fuck? Die kommen von rechts, oder? Ja. Ne, die kommen von links aus dem Haus. Also da ist auf jeden Fall die Dings drin. Die Widow. Oh cool. Von wo? Von wo? Okay. Die haben jetzt nen McCree. Das ist der. Der Genji ist McCree. Mhm. Oh oh. Die Widow hat mich geholt. Weil sie doch wieder da war. Also was jetzt doch wieder. Die stand für die ganze Zeit. Wir müssen group upen. Komm Arna, wenn dein Leben lieb ist. Die ist da drin. Hab sie. Sehr gut. Da sind welche, die warten auf uns hier. Okay, ich hab meine Ulti sonst. Ich hab auch nen Held. Ich kletter von außen hoch. Ah, du hast das Medikit gerade genommen. Mhm. Kann ich nicht von außen. Das geht auch so. Oh, ich hatte, ich hätte Ulti sonst. Ah. Als ob die mir doch alles holt. Sie sieht uns. Hey. Ich hab meinen Tipp zu Herzen genommen jetzt. Oh wow. What is this? Na gut. Jetzt kommt der doofe Schwung von Alucard. Easy schreibt er. Nein, schreibt er easy. Er schreibt gar nix. Too lazy to carry. Oh, er hat sogar play für den. Der wär wirklich too lazy to carry. Der wär wirklich too lazy to carry. Das war nämlich die Tracy. Tracy, die ich. Can't kill her. Oh, mh. Highlight des Spiels. Slice and Dice. Der obligatorische Genji. Slice and Dice. Slice and Dice. Der ist jedes Season gerade mal Diamond und hat große Fresse. Das ist unglaublich. GG, sagt er. GG. GG. Kurze Folge heute wieder, Leute. Eine Map. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.